Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video zu Rocket Wasting. In diesem Video heute werde ich den allerhöchsten Rang in Rocket Wasting bekommen. Denn ich bin jetzt aktuell bei 89%. Ich werde heute so lange spielen, und wenn es heute nicht funktioniert, dann halt heute, morgen, übermorgen. Ist mir egal, ich werde so lange spielen in diesem Video, bis ich den höchsten Rang habe. Das sind im Grunde vier gute Maps nacheinander. Das hängt halt extrem vom Glück ab. Wie mehr Piers zum Beispiel. Das hier jedes Mal Minus. Ich muss aber sagen, ich nehme das hier in Kauf. Aber hier versuche ich halt eine neue Abkürzung einfach mehr während den Runden drauf zu schaffen. So, ich versuche es nochmal. Ah? Ah! Okay. Weil wenn du da nicht die Kante berührst, kannst du den dreifachen Boost mitnehmen. Ich versuche es mit den neuen. Dahinter landen. Komm on, komm on, komm on. Okay, paar Sekunden verloren, ist okay. Das könnte gut sein. Ja. Ja. Dreifach mitgekriegt. Danach nicht so richtig die Form galten. Aber dreifach mitgekriegt. Das ist strong. Ach, erneuter. Zehnter sogar. Ja, fantastisch. Habt nur ein Prozent verloren. Das ist okay. Wer übrigens neu ist, darf uns gerne ein Abo da lassen. Und ihr hilft der Zuschauer von diesem Video. Habe, ihr habt abonniert, ihr habt einen Creator-Code. Bade, ihr habt einen Tee, dann könnt ihr sehr gerne eintragen, wenn ihr euch was in Fortnite holt. Wofür auch immer. Geht ihr für alles bei Epic Games. Ach, ich krieg den Bus nicht mehr voll, oder? Ja. Jetzt zum Beispiel nimmt keiner den Boost am Anfang, deswegen nehm ich den jetzt auch nicht mehr. Zumindest in der ersten Runde. Ich hab nicht viel Taktik gefunden, letztes Mal. Wo ich den Drift halten konnte und alle Boost-Fälle ergetauscht hab. Das war ziemlich schnell. Aber ich krieg's halt nicht mehr reproduziert. Okay, ich hab da irgendwie keinen Drift gekriegt. Gut, den haben wir gekriegt. Den gekriegt. Den verfehlt. Ich versuch's nochmal, ich halt den mal. Hab ich das so gemacht? Im Leben nicht. Ja, okay. Gut. Nee, warum versuch ich das? Warum versuch ich den? Das ist so dumm. Als Mist gehört zum vorderen Drittel. Ich flieg jetzt auch hier. Okay, das war stylisch, aber ich glaub sinnlos. Die flieg ich hier schon. Ist das so viel schneller? So. Wenn ich jetzt alle Boost-Fälle esse, bin ich gut. Okay, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Come on, come on, come on. Dritter. Let's go. Verfasst. Als ob. Wah! Okay, das tut weh. Das tut weh. Es sah jetzt nicht so aus, aber ein, ich bin von hinten gerammt und auf einmal war mein Wagen seitwärts. Oh, zwei. Oh, ich hab kein Minus gemacht. Theoretisch, wenn man lange spielt, dann hast du halt irgendwann jede Map mindestens einmal gehabt. Kannst du halt hoffen, dass die Maps, die du gut kannst, häufiger kommen, die du nicht so gut kannst, seltener kommen. In der ersten Runde Feuerhütten ist nicht so schlimm. Das ist nur schlimm in Runde 3. Fehler. Wieso fahren so viele unten rum? In Runde 1 verkacken ist okay. Kann ich noch? Warte, wo fliehen die lang? Nein, du fliegst dann da durch. Komm, mein Vierter. Okay, das scheint kein übertrieben schwere Lobby zu sein. Fast. So, rüber, okay. Das hätte ich beim ersten Mal machen sollen. Ich hab doofen Bewusstet, um zu halbigen. So. Eins verfehlt, aber okay. Besser fehlen als kaputt gehen. Drüber. Oh Gott, war's knapp. Okay. Okay. Ich hab's hier rum. Hier rum. Hier gleich durch den Baum. So. Ziemlich simpel, ne? Also wirklich, ziemlich simple Abkürzungen. So. Let's go. Muss vollkriegen. Come on. Come on. Ich bin Erster geworden. Let's go. Das ist riesig. Das können 4% sein. 91%. Wir kochen wieder. Wieso versuch... Warte. Stopp. Stopp. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Alles verfehlt. Ich hab jetzt eine Runde 3 wieder. Warum fahr ich nicht einfach clean? Warum versuche ich Sachen? Ja. Cool. Also. Wo oben rum? Da brauch ich nicht mal. Ist okay. In der ersten Runde kann so eine Scheiße passieren. Okay. So ist es nicht? Okay. Nicht kaputt gegangen. Erfolg. Das ist ein Ritter. Okay. Vierter. Vierter. Ist gut. Du machst halt ein paar Schritte nach vorne, du machst ein paar Schritte nach hinten. Ich krieg die Schlossabkürzung von 100 mal 90 mal hin. Ich hab jetzt einen guten Lauf. Weil wenn ich das clean hinkrieg, werde ich Erster. Die meisten Leute hier versuchen die Schlossabkürzung nämlich nicht. Okay. Schon mal gut. Hat keiner versucht. Ich versuch's nochmal, ne? Ich glaub ich konnte es jetzt einfach nicht machen. Und ganz normal fand ich mir trotzdem Plus machen. Aber wenn ich das jetzt halt immer mach. Und es geht's mal klappt. Der erste Platz ist möglich. So halb. Es war kein Wip-Out. Ich hab einen Boost mitgekriegt. Sorry, ich fahr's nochmal. Ich fahr's nochmal. Ich bin Erster und ich glaube, das wäre Risiko. Ich fahr jetzt sehr Risiko minimiert. Erra mich jetzt vorher. Okay, ich hätt's einfach machen sollen. Scheiß drauf, du dummer Penner. Nein, ich überhole mich. Oh, okay. Halte Strategie gewählt. Ich hätt' einfach meinen Instinkt verfolgen sollen und Schlossabkürzung machen sollen. Nochmal vorher gesetzt. Trotzdem erster, let's go. Ich hätt's einfach machen sollen. Aber trotzdem, erster Platz ist gut. 92% wieder. Ram mich doch. Ram mich doch noch, dass ich kein Wust fällte. Leute, ich hoffe, das ist nur im Zehntag. Okay. Ich bin jetzt bei 90 dann, korrekt? Wehe, ich hab 3% verloren dafür. Okay, ich hab 1% verloren. Let's go. Okay. Hier mach ich zu 100% Minus. Wieder dieselben Leute in der Lobby. Ich hoffe, ich mach hier nur nicht zu viel Minus. Es ist noch ein bisschen... Scheiße. Achtet mal auf, wie viele hier unten rumfahren. Alle. Wer kannst du driften? Verpasst, ich hab nicht verpasst. Ich hab eigentlich richtig gedrückt. So. Verfehlt, 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 verfehlt. Guter Schlusssprint. Da, den ich verfehle. Wenn ich eine Millisekunde wohl länger driften kann, hab ich da 100 kmh mehr. Plus kann in der Luft doppelt boosten, muss nicht landen. Das ist dann... Also dann reden wir über den zweiten Platz. Ähm... Nein. Nein, 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 nein. 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 Ich hab den Ego-Perspektiven-Bug. Nein, 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 nein. Ich werd letzter. Ich kann das Rennen auch nicht abschließen. Wie soll ich so das Rennen abschließen? Ich muss... Weil du bist nicht nur Ego-Perspektive. Die Steuerung dreht sich um. Das heißt, ich guck jetzt nach hinten. Da. Ich muss erstmal hier umdrehen. Ich kassiere Minus 4 hierfür. Das ist ein bekannter Glitch, weil das hatte ich schon mal. Es steht jetzt 90%, aber ich glaub nicht, dass ich bei 90% bin. Ich glaub, ich bin noch tiefer eigentlich. Bin ich zu füge? Das ist schon mal gut. Ähm, spiel, ich bin genau über zwei Boostfelder rübergefahren. Frage, warum hab ich die nicht gekriegt? Warum hab ich die nicht gekriegt, die Boostfelder? Ich bin da genau rübergefahren. Sechster. Spiel, wenn du mich jetzt nicht scammst bei der Ecke, ich werd dir sehr dankbar. Bitte scamm ich nicht. Okay. Und wenn ich davor nicht gescammt worden wäre, dann wäre das jetzt 95, 96%. Dann wäre ich halt ein Rennen davon entfernt aufzusteigen. So, 90. Viele ignorieren das erste Boostfeld und fliegen einfach zum zweiten. Oh nein. Das ist mir original seit bestimmt 30 Rennen nicht mehr passiert. Ich hab den nicht gekriegt, weil mein Wagen Flumi war. Hab ich dann den Doppel nicht gekriegt, aber es ist okay, siebte. Okay, ich hab den jetzt ein bisschen später gedrückt, als ich eigentlich wollte, weil ich wollte nicht sterben. Zweiter! Let's go! So. Einmal. Sehr gut. Boost nicht gekriegt und zwei Gramm, weil einer da rumgetrödelt. Ja. Okay. Es ist einfach schlimm, wie die anderen Spieler einige sabotieren. Es ist wirklich sabotierend. Die sabotieren sich selber. Durch Unfähigkeit. Ich glaub, er ist vollgöttisch. Selbst schuld. Hab ich nicht. Ich bin fast kaputt gegangen. Ja, nicht. Feuer gilt das. Nein, nein, nein. Komm, 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 komm. Erster! Let's go! Come on! Come on, come on. Zeig mir die 97%. Gib mir 4%. Nein, es gab nur 3%. Wieso gab das nur 3%? Ich hab hier ne Anpassung gemacht. Weil da oben lang zu fahren, das ist es... Das ist es nicht mehr. Oh, ich krieg auch hier nämlich Wusten. Er ist auch nicht, okay, nehmt keiner da rechts, sehr gut. Vierter, es ist plus, es ist plus, let's go, let's go. 3% für mir. Ich glaub, ich kann das gewinnen, by the way. Ähm, vierter geworden. Ich muss aber sagen, ich wurde vom Spiel ein bisschen gescammt. Man hat's glaub ich nicht gehört, aber ich hab den Turbo hämmern müssen. Deswegen hab ich das Ende jetzt nicht perfekt gefahren. Kein Prozent für den vierten Platz. Ich war siebter. Ich war siebter. Zwölfter. Willst du mich verarschen? Ich hab drei Prozent verloren. Cool. Für den vierten Platz krieg ich null. Werde ich einmal letzter. Minus drei. Ist meine eigene Schuld. Ich hab zu früh geboostet. Ich war zu ungeduldig. Hätte ich normal geboostet, Platz sechs, sieben. So ungefähr. Ich hätte nichts verloren. Letzte Woche kommt die Schlossmap in der Stunde ungefähr vier, fünfmal. Seitdem ich die Map kann mit dem Schloss. Die kam jetzt in zwei Stunden, also ich nehm jetzt seit 100 Minuten auf. Ähm, die kommt jetzt seit 100 Minuten, ist die ein einziges Mal gekommen. Feuer ganz knapp mit unserer Seite berührt. Gut, das krieg ich zum nächsten Mal. Ah. Nichts von dem, was da passiert ist, hab ich gedrückt. Erste Runde bin ich erster. Zweite Runde bin ich erster. Dritte Runde. Letzter mit Abstand. Findel den Fehler. Oh, 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 oh. Geht mein Controller nicht. Mein Controller geht nicht. Ah. Ah. Was? Warum? Zwei sind rausgegangen, by the way. Wir waren hier. Oh. Hä? Ja gut, ne. Spuck mir ins Gesicht. Spuck mir ins Gesicht. Ist okay. Deaktiviere meinen Controller mit Runden starten und spuck mir ins Gesicht. Mach. Nimm mit. Ja, ne. Ist geil. Ist geil. Spuck mir ins Gesicht. Ist fein. Zwei Prozent verloren. Oh, alle Funktionen von meinem Controller. Ah, ne. Okay, driften ging jetzt nicht. Hat er deaktiviert. Okay, danke. Danke. Ich wollte schon sagen. Aber ernsthaft, der Drift geht manchmal wirklich nicht. Und die Taste geht. Wieder. Spiel. Ich finde es ja nett, dass du anderen auch eine Chance geben willst. Aber so gut bin ich nicht. Dass ich, also, ne. Achter wieder. Dreimal. An drei verschiedenen Stellen. Gegen mein Drift nicht. Und ich kassier wieder Minus. Sehr geil. Okay, gut. Sorry, ich habe vergessen, dass mein Wagen auf einmal ein Flummi wird, wenn ich den Boden beruhe. Siebter. Okay, mir wurde siebter angezeigt. Achter. Ist das Minus? Wenn ja, ist kein Minus. Okay. Bitte holt. Stopp. Dritter. Let's go. Auch wenn es nur ein Prozent ist. Ist schön, man wieder plusse. Aber, ne. Es ist wild. Es hängt so auf der Stelle. Ja, wer hier boostet hat keine Ahnung. Ah. Ich habe den oben nicht gekriegt und unten. Ach. Das ist kein Inputfehler. Wenn du so nah bist an der Wand, lockst du an die Wand an. Fünfte. Leicht. Leicht. Schlechte. Zweifel zu sogar. Let's go. So. Und mit Abstand letzter. Ich würde gerne wissen, wie die fahren. Würde mich einfach interessieren. Wie viel Minus kassiere ich dafür? Weil ich weiß, wie der Weltsrekord fährt. Aber ich... Wenn man versucht, das nachzumachen... Zwei Prozent Minus. Okay. Wenn man versucht, das nachzumachen... Ähm... Das geht nicht. Okay. Aus irgendeinem Grund, auf dieser Geraden, ist der Drift manchmal deaktiviert. Oh, zweiter. What the fuck. Okay. Gott. Sonst wäre ich dritter geworden. Aber... Das muss ich mir merken. Drift gehen wir da nicht. Ja. Wird's. Sechster Platz oder so. Neunter. Geil. Neunter Platz. Ja, Mann. Come on. Wie viel Minus? Wie viel Minus? Kein Minus. Okay, warum nicht? Das hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nie. Hä? Sorry, es geht nicht. Es geht nicht. Ich bin unter 98%. Was konnte ich dafür? Mein einziger Fehler ist es, dieses beschissen, schlecht programmierte Spiel zu spielen. Das ist mein einziger Fehler. Ich bin jetzt bei 89%. Da hab ich mein Video begonnen. Was ist mein Fehler? Was ist meine Schuld? Okay, wir haben jetzt ungefähr... Ja, so sechs Stunden später. Um mich zu beruhigen, hab ich das Pizza gegessen. Ich hab Waffeln gemacht. Und dann hab ich mich für mich nochmal nach 95% gespielt. Und jetzt hole ich die letzten 5%. Es kann sich nur um Stunden handeln. Also... Oder Tage. Oder Tage. Ja. Es kommt auf die Maps an. Das Spiel ist ja gefroren. Sehr gut. Sehr gut. Das ist vor allem eine Map. Da kommt's auf Kleinigkeiten an. Also so Millisekunden. Weil andernfalls würde ich ja den höchsten Rang gespielt mal erreichen. Deswegen ist es schon wichtig, ab und zu gescampt zu werden. Wäreweise in Runde 1 kann es noch passieren. Es gibt ja die Catch-Up-Mechanik. Das heißt, ich hol jetzt hier actually sogar ein bisschen auf. Oh, ich glaub ich krieg den Bus nicht mehr voll, oder? Oh, spät. Soll ich das mal beten? Fünfter Platz. Das kann ein Prozent sein. Nee. Vielleicht ist es ein halbes Prozent, ne? Oh, er versucht's auch. Nicht clean, aber egal. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Ja. Jetzt noch eine cleane letzte Runde fahren. Der wird das wahrscheinlich gewinnen. Aber wenn ich jetzt eine cleane dritte Runde fahre, a.k.a. das Schlossgut-Titel. Hab ich die Catch-Up-Mechanik gekriegt? Ich hab die Catch-Up-Mechanik gekriegt. Okay, ich bin guckt, ich bin guckt, ich bin guckt. Musste ich aber. Ich hätte auch einfach Safety fahren können. Aber ich muss, ich muss das versuchen. Muss ich halt, muss ich machen. Ich muss Risiko eingehen. Ich kann Safety fahren. Ah, das war dumm eigentlich. Ich rede mir gerade schon. Wenn ich Safety fahre, werde ich halt Vierter. Ich fahre links rum. Zu viele. Ich, ich, ich könnte schwören, man kann sogar hören, wie ich X hämmer, damit er die Luftrolle macht. Ich spekuliere lieber irgendwie auf dem siebten Platz, wo ich, okay, wo ich das Feuer lasse. Die nehmen halt nicht mal die Baum abkürzen. Das ärgert mich schon ein bisschen, ehrlich gesagt. Fünfter Platz. Come on. Dritter. Vierter. Okay. Ist bloß, ist bloß, bloß. Ich darf mich jetzt vorher drängen, Idiot. Macht halt gar keinen Sinn. Er hat ja nichts davon. Come on, 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 let's go. Let's go. Zweiter. Come on, gib mir plus zwei. Gib mir plus zwei. Let's go. Vier Prozent. Okay, es fliegen nicht alle. Das ist schon mal gut. Hier vorne so vier. Ja, gut. Die vorderen haben da halt konstant Windschatten gehabt. Auch die Windschatten hatten. Ich war halt so dazwischen, ne? Willst du eigentlich nicht sein? So, ich versuch jetzt die Speedrun-Taktik. Hier loslassen. Und dann da fliegen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Let's go. So. Wir wollen was einfach loslassen. Da. Liegen. Warte. Warte, 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 warte. Zweiter. Let's go. Es sind 98%. Wird sehr gut. Ich habe einen sehr hohen Puls gerade. Wird schön eine gute Map. Oh my God. 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 Okay. Come on. Come on. Dafür habe ich jetzt Tage trainiert. Ich habe das Schloss tagelang trainiert. Die anderen hier sollen alle kacke sein. Okay. War schon mal schlecht. Ich glaube, ich habe einen, ich habe einen Bus gekriegt. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Ich habe einen gekriegt, ich habe einen gekriegt. Warum? Warum? Ich habe einen. Warum? Oh, ich habe einen Pixel jetzt. Ich habe einen. Immerhin nicht Minus gemacht. Aber ich habe einen Pixel umgehütet. Ich wäre mindestens vierter geworden. Und ich wäre dann bei 99% hätte nur nochmal vierter werden müssen. Das ist okay. Okay. Zwei andere. Ja, das können wir kommen. Solange ich nicht den Ego-Perspektiven-Bike habe, ist alles okay. Wo? Scheiße, aber egal. So, keep your head on your shoulders. Now, we ain't out and moving rocks. We out here moving borders. Now, we ain't getting post-arized. We out here making posters. And we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stop. Or your pay up. Don't make love to the game, bro. Fuck the game up. Change up for your reign stuff. Till you're great. Not famous for the way up. Play the game, bro. Never stop. Forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quick keep going till I got it. I won't give up till I'm on top of it. You know I'm always on this. There we go. We never stop it. I won't quick keep going till I got it. I won't give up till I'm on top of it. I'm always starting with pain. She like to hurt me and may. My mom is working to change. Oh, er driftet in Luft. Okay, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Ich hab nicht gekriegt. Okay, ich bin schlecht. Nee, aber er ist gut. Er hat da oben in Luft gedriftet. Er weiß, was auch gut. So, fliege ich durch. Das ist die Kräste, das war gut. Oh mein Gott, ich bin Zweiter! Warte, 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 warte... Warte, warte, warte... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah! Anwil! Ich hab's geschafft! Ja, Mann! Ich bin Anwil! Es hat den ganzen Tag gedauert. Leute, ich hab's geschafft. Es war so viel Glück dabei, aber es ist mir... Nee, was heißt Glück dabei? Es war Pech dabei. Ich hab's geschafft, Anwil. Das war jetzt ein ziemlich vergründet heute. Ich hab quasi den ganzen Tag verschwendet, um die letzten 12% zu holen. Dankeschön für die Leute, die mich bei diesem Projekt bis jetzt unterstützt haben. Es gab mal einen Punkt, da hatte ich viele von euch verloren. Das war so in Elite. Ich würde auch sagen, nach wie vor Elite ist der schwerste Rang, ehrlich gesagt, weil man da so viele neue Sachen lernen muss. Aber ich hab euch, glaube ich, wieder gehabt, nachdem es bei Elite dann besser lief. Deswegen, Dankeschön für die ganzen Leute, die mich unterstützt haben. Nerven verloren, sehr viele Nerven, sehr viel geflucht. In diesem Video bestimmt schon 100 Mal, aber ich hab's geschafft. Bin dann real geworden. Ich bin sehr happy darüber. Ich hatte einen krassen Voice Quake, als ich gerade gejubelt hab. Ich würde sagen, Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Dann mit Unreal Gameplay. Vielen Dank fürs Zusehen, falls ihr neu seid. Lass doch mal ein Abo da. Bis dahin. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.